Für mich heisst es Nachhaltigkeit, keine Schuldenwirtschaft, die Leute müssen Arbeit haben, aber die Umwelt muss einordnen. Es ist nicht nur heiss, es ist alles miteinander. Für Zürich ist es ganz wichtig, dass die Finanzplätze wieder stärken. Wir haben in den letzten zehn Jahren ganz viele Regulierungen gemacht, die Arbeitsplätze gekostet haben. Und jetzt ist es wichtig, dass wir in den neuen Arbeitsplätzen arbeiten mit neuen Geschäftsmodellen. Schaut uns unseren wunderschönen Kanton an, wenn er hier steht. Er war in den letzten 150 Jahren freisinnig geprägt. Wir freisinnigen haben ganz viel erreicht für den Kanton Zürich. Ich würde es unheimlich schätzen, wenn mir mein Vertrauen schenken würde, mich nur vier Jahre voll für den Kanton Zürich einzusetzen. Klimapolitik ist nicht ein Problem, sondern es ist eine riesige Chance für den Wirtschaftsstandort der Schweiz. Wir sind so innovativ, wir haben so viel Forschung, wenn es uns gelingt, innovative Produkte für die Welt zur Verfügung zu stellen, dann haben wir einen ganz grossen Beitrag geleistet. Ich bin auch überzeugt, dass die Schweiz einen grossen Beitrag an die Problemlösung der Weltmeer als nur in Zürich CO2-neutral werden muss.